Servus Bitches, was geht? Willkommen zu Mario RPG. Ihr habt auf jeden Fall einen längeren Part bekommen im letzten Part. Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Ich weiß, wo wir jetzt auf jeden Fall langen müssen. Wir müssen zu diesem ältesten Typen gehen und mit denen reden. Hallo, rede mit mir. Mario, falls du nach einem Stern suchst, kann ich vielleicht helfen. In der Gegend vom Weltenende ist ein stadtreformierter Monster. Eine Maus kam vor kurzem hier vorbei und ich hörte sie von einem ihrer Stern reden. Ich weiß nicht genau, wo diese Stadt ist. Aber wenn du der Straße folgst, dann findest du dich hier hin. Dankeschön, mein Freund. Na dann. Ich denke, wenn wir aus der Karte rausgehen, werden wir es finden. Ja, hier. Zum Weltenende. Weltenende. Ach du Scheiße. Was erwartet mich hier? Warum ist das jetzt das Ende der Welt, Bitches? Keine Ahnung. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier bei Weltenende. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ach, okay. What? Lol. Nice. Okay, wir müssen das mit... Wir müssen einfach nur hier in diese Kanonen rein. Einfach nur richtig gezymt durch. Ach, fickt euch. Schlafenszeit, Jungs. Schlaft mal ein bisschen. Ihr schläft jetzt schön ein. Mehr macht ihr nicht. Mehr macht ihr nicht. Was? Können die nicht schlafen? Okay. Wonit. Ciao, Alter. Monsterkuss. Ja, ist klar. Zwei und se... Alter, willst du mich ficken oder was? Warum kann jeder so gute Attacken auf einmal? Was ist denn das hier? Sind wir hier... Keine Ahnung, wo wir sind. Aber what the fuck, man? Ernsthaft? Als ob die so gute Attacken können. What? Okay, ich glaube, ich bin richtig hier. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Hä? Wo lang denn überhaupt? Warte, ich muss, glaube ich, wieder... What the fuck ist das denn, Müll? Ich habe echt keine Ahnung, was ich da gemacht habe. What the fuck? Du, weg mit dir. Piss dich. Schlafsauce. Was für eine Schlafsauce, Alter? Was ist denn das jetzt für ein Blöds... Wach! Ach, okay. Da schläft man ein. Hätte das denn gedacht. Gift. Warum verg... Übertreib halt. Ja, die Spinne ist gar nicht OP, oder? Hier, du Haufen von Müll. Stirb jetzt mal. Die ist ja voll heftig gewesen, die Spinne, ey. Kraftsaft, ey. Das hat nicht mal viel XP gebracht. So. Lernt Rückkehr. Keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen auf jeden Fall HP. What the fuck ist passiert? Was macht denn Rückkehr? Okay, ich habe schon eine Idee. Es könnte, glaube ich, jemanden... ...wiederbeleben. Hundertprozentig. Hundertprozentig wird es... Ach, so verwirrt das Monster. Ah, jawohl. Geil. Ach, diese Spinne, Alter. Die geht mir so auf den Sack, ne? Das ist so ein Hurenviech. So ein Mistviech. Richtiges Mistviech, diese Spinne hier. Spinn-Trag. Ja, du spinnst doch wohl. Schlaf-Soße, ja? Deine Soße kannst du dir sonst wo hinstecken, Alter. Jawohl. Jetzt habe ich nicht richtig getroffen. Um's draw a fangas. Was? Keine Ahnung, was das jetzt ist. Hier, bam. Stirbst du auch mal, du Hundesohn? Verwirrtes Monster. Er greift sich selber an. Jawohl. Gut. Können wir jetzt bitte mal aufstehen? Das wäre sehr nett. Können wir jetzt hier... Was ist das für ein Müll? Ich gehe jetzt nur auf die Spinne, Alter. Schon wieder ein verwirrtes Monster. Jawohl. Hey, zwar, ob du nicht stirbst, Alter. Was bist du denn für ein Fähig? Na, jetzt bist du tot. Oder doch nicht. Aber jetzt. Was? Kleine Sch... Keine Ahnung. Stärkung? Keine Ahnung. Was ist das für ein Müll? Ich will da hoch. Warum kann ich da nicht hoch, Alter? Was ist das für eine Rotzkacke hier? Das Vieh ist doch unbeschreiblich, Alter. Das Vieh ist doch unbeschreiblich, Alter. Oh, meine Jüte. Ich glaube, mit den anderen... Ich glaube, wir können doch mit dieser Kanone hier irgendwie... Wir müssen hier rüber. Ja. Okay. Verstehe. Du musst in die Fights quasi reingehen. Du kannst da nichts machen. Du musst in die Fights reingehen. Schlafsoße, Alter. Du kotzt mich an. Na, wir können da nichts machen sogegen. Verwirrt das Monster. Sehr gut. Greift dich schön selber an. Warum ist das nicht richtig getimed? Ich verstehe es aber auch manchmal nicht. Warum man nicht richtig timet? Na, egal. Ist tot. Attack up. Sehr gut. Okay, greift euch selber an. Ist mir scheißegal. Keine Ahnung, was ich hier falsch mache mit dem Timing. Oh, Alter. Da bin ich gut mit Genos-Timing, ey. Egal. Macht schön Damage. Ja, Mario reicht leider 14. Ultrasprung. Ähm. Ich denke, es wäre gut, wenn wir auf Spezial gehen. Wieder mal. Ja. Perfekt. Endlich weiter, ey. So, hier kann man schon speichern. Machen wir auch. Warum soll man es nicht nutzen, wenn man schon speichern kann? Was ist das jetzt für ein Müll? Ja, ich muss diese Dinger hier benutzen. Geht ein bisschen schlecht, ne? Alter, verpisst euch doch mal. Ey, ohne Witz. Ich habe keinen Bock auf Kämpfe. Ich will einfach nur weiter. Lasst mich in Ruhe. Willkommen zu Himmelsbrücke. Sie ist eine riesige Touristen-Attraktion. Möchtest du es versuchen? Sicher. Okay, gib mir zuerst mit 5 Münzen. Soll ich das erklären, ja? Du kannst Himmelsbrücke auf 3 Arten überqueren. Fällst du hinunter, hast du verloren. Auf der Fall kommst du durch simple Sprünge hinüber. Dafür hältst du 5 Münzen. Auf Spezial fallen die Blöcke hinunter, wenn du zu langsam bist. Da hältst du 8 Münzen. Auf Experte fallen die Blöcke herunter und die Sprünge sind schwerer. Dort hältst du eine Frischmünze. Auf allen Schwierigkeitsstufen musst du springen und in Kugeln ausweichen. Welche Schwierigkeitsstufe möchtest du? Ach, normal, Mann. Meine Fresse. Ich will einfach nur... Yo. Ich will einfach nur rüber. Mehr will ich nicht. Oh mein Gott. Na gut, wir haben es geschafft. Happy, willst du deinen Gewinn verdoppeln? Du musst nur nochmal hinüberkommen. Du hast euch gewarnt, jetzt ist es schwerer. Und wenn du hinunterfällst, bekommst du gar nichts. Nope. Lass mich in Ruhe, Mann. Hier, wie versprochen. Ich habe meine 5 Münzen wiederbekommen, das ist gut. Ich will einfach nur speichern. Das juckt mich überhaupt nicht, dieses Minispiel. Überhaupt null. Das juckt mich wirklich null. Gar nichts. Was bist du für eine? Bist du ein Gegner? Ah, lange nicht mehr hier gewesen. Ich bin die ganze Zeit herumgereist. Reise zufällig gerade nach Monster... Äh, Monsterstadt. Ja. Okay, hör zu. Springe die Strudel aus deinen Ameisen auftauchen. Nach ein paar Mal kommst du in einen unterirdischen Gang. Guckt das aus. Ist es nur noch... Ein Katzensprung bis nach Monsterstadt. Wir sehen uns dort. Interessant. Welche Strudel soll ich... Wo Ameisen rausgucken oder so, ne? Sind das Ameisen? Hey. Das sind keine Ameisen, ne? Das sind Huren-Söhne. Egal. Der erste ist weg. Ja, übertreib. Ja, Monsterkuss. Übertreib noch mehr, du Haufen von Müll. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt kommt das mal aufs Maul, Alter. Was willst du hier, Mann? So, bist du tot? Jawohl. Die Fenster. Zack. Let's up. Egal, tot. Ja, wo sind jetzt die Ameisen? Ich verstehe es immer noch nicht. Wolle, ist das hier, hä? Ich gehe jetzt mal in diesen Strudel rein. Vielleicht geht's dir jetzt... Ich weiß nicht, ob er damit gemeint hat, diese Ameisen oder... Ach, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, was der... Was der Entwicklung schon will, ich hier will. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Werden wir jetzt gleich sehen. Sterbst du jetzt mal? Danke. So, hier, zack. Was willst du, Loser? Zack. Nochmal in deine Fräderfresse. Ey, bang. Geht mir doch nicht auf den Sack. Ey, ohne Witz. Können wir jetzt in den Strudel rein oder nicht? Was ist das für ein Bullshit? Ja, wir müssen die Hurensohne besiegen. Ich denke, da müssen wir einfach immer weiter durch. Ich denke, wir sind jetzt... Wir sind woanders aufgetaucht, auf jeden Fall. Also, wo wir in den Sprudel reingegangen sind, wo dieser Wichser aufgetaucht ist. Das sind auch schon stärkere Wichser, oder? Die sind komisch stärker vor. Keine Ahnung, was ich hier falsch mache mit dem Timing. Ich habe keine Ahnung. Ja, und das... Ich habe keine Ahnung vom Timing, ey. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache vom Timing her. Ich drücke genau dann A, wenn der angreift. Ja, dein Monsterkuss, Alter. Egal, tot. Gut, jetzt gehen wir wieder den Sprudel runter. Ist das jetzt richtig? Ja, scheinbar. Hä? Und jetzt? 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 Okay, da muss man doch den anderen Ding. Was? Warum ist das falsch? Hey, ich verstehe es nicht. Muss ich den zuerst besiegen und dann kann ich da durch? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin in den anderen Sprudel reingegangen, wo ich nicht hergekommen bin. Und da ging es dann auch... Hä? Beziehungsweise, was heißt hier, ging danach? Es ist trotzdem sinnlos, ne? Hä? Ich bin in den anderen Sprudel rein und es ging nicht. Er hat es wieder zurückgeführt. Hä? Ich check's nicht. Ich verstehe es nicht. Tja, Loser. Egal, du bist tot jetzt. Was willst du noch hier? Was willst du noch hier? Haufen von Müll. Das bringt halt echt sehr viel XP. Jetzt müsste es gehen. Ja. Wir müssen die töten und dann da durch. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht. Das kann die dann für sich selber entscheiden. Ich denke, man kann die auch ohne die zu besiegen dadurch. Aber eigentlich ist das eher so, dass man das so machen soll. Shit. Egal. Hat gereicht. Monsterkuss. Übertreib. Wir sollten... Ah! Das ist das Problem. Ich verstehe. Okay. Wir haben keine BP mehr. Was? Bosa? Okay. Ja, habe ich auf OP jetzt gemacht. Ich habe den hier besiegt, also müssen wir hier durch. Okay. Dankeschön, dass wir jetzt hier endlich sind. Was? Was soll der Scheiß? Ich wollte keinen Kampf begegnen. Ich wollte speichern und den Part beenden, Alter. Verwirrtes Monster. Ja, soll es doch sein. Ist mir doch scheißegal. Warum Achtung davor? Gift. Na ja, Peach ist tot. Was ist denn das jetzt für ein Viech? Explosion. Ja, übertreib. Gut so. Ja, das servierte Monster juckt mich doch nicht. Okay. Ich glaube, wir sollten auf diesen Wichser gehen. Ich weiß nicht, wie viel Damage der macht, aber... Ja, geht schon. Was ist denn jetzt mit ihr? Was ist mit Peach los, Alter? Ja. Was ist mit der los, Alter? Die Parkinson oder was? Irgendwas oder irgendwas, Alter? Schlafsoße, Alter. Ich brauche keine Soße. Der hält auch ziemlich viel aus, da, dieser Griffith, Alter. Okay, Rückkehr ist... Ja, ich wusste es auch. Wiederbeleben. Das ist saugeil, Alter, jemanden wieder zu überleben. Hat er auch wieder voll lebt? Ich glaube, der hat er auch wieder in den Brücken. Der kriegt die Hälfte. Okay. Trotzdem interessant. Das ist trotzdem interessant. Heilung ist, denke ich, kein Problem. So, du kannst nicht ruhig... Du kannst... ... ... ... ... Gegenseitig umbringen, wie ihr wollt. Ich will diesen Typen hier jetzt mal down kriegen. Flamme. Der geht ja voll auf den Sack, der Typ. So, jetzt ist erstmal jeder vollgeheilt, meine Güte. Dass der aber auch nicht stirbt, ne? Oder müssen wir auf den ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch so ein Typ wie dieses Dry Bones, dass der auf jeden Fall nur mit Magic Attacks zerstört werden kann. Dann machen wir hier einen Genostrahl auf diesen Wichser. Ja, okay. Sag ich ja. Nur mit Magie. Ich glaube, der ist auch tot, oder? Naja, leider nicht. Jetzt aber. Tschüss. So kann ich jetzt wieder hoch und speichern. Sehr nett. Oh, Geno-Reich-Level. Geno-Stoß. Okay. Power. Ich geh auf Power. Komm ich da nicht mehr hoch, oder was? Was soll denn der Scheiß? Doch, komm ich. Ich komm da hoch, wenn ich hier schön auf die Schatztruhe wieder hingehe. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für diesen Part. Wir sind beim Weltenende, meine Damen und Herren. Äh, ja. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, sehen wir uns hier im nächsten Part. Morgens nichts mehr. Tschüss. Ich finde, es ist ein, okay.